Hallo, ich bin der Stefan, ich mache zusammen mit meinem Partner René und Markus haben wir das Schulz wieder aufgemacht, was jetzt nach kurzer Schließungsrenovierungsphase wiedereröffnet wurde. Wir machen es unter dem Motto, das Original ist zurück. Das heißt, es ist alles so, wie man es kennt. Super Cocktails, frisches Essen, freundliche Bedienung, sauberes Restaurant, tolle Stimmung. Und wir haben die Happy Hour Montag den ganzen Abend, ansonsten von 17 bis 20 Uhr zum Kreis von 74. Am Samstag bieten wir die Burger an für 6,50 und am Sonntag den bekannten Steaksonntag. Ansonsten würde ich sagen, kommt alle mal vorbei, schaut sich das an und überzeugt sich von der Richtigkeit meiner kurzen Rede. Gut, danke. Gut, danke.